Aufgeben ist keine Option Im Leben stehst Du oft vor Herausforderungen, die Dich zu prüfen scheinen, und Deine Entschlossenheit auf die Probe stellen. In diesen Momenten ist es wichtig zu erkennen, dass Aufgeben keine Option ist. Du hast die Macht zur Überwindung von Hindernissen und zur Verwirklichung persönlicher Ziele. Die Macht der Entschlossenheit Entschlossenheit ist eine der mächtigsten Kräfte, die Du besitzt. Es ist der feste Glaube daran, dass Du trotz Schwierigkeiten vorankommen kannst. Aufgeben ist oft eine Versuchung, besonders wenn die Hürden hoch erscheinen. Doch wahre Entschlossenheit bedeutet, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen und die Energie auf das Ziel zu richten. Perspektivenwechsel in Herausforderungen Jede Herausforderung birgt die Möglichkeit zu wachsen und Dich zu entwickeln. Statt die Schwierigkeiten als unüberwindbar zu betrachten, kann ein Perspektivenwechsel dazu führen, Chancen in den Hindernissen zu erkennen. Das Überwinden von Schwierigkeiten ist nicht nur ein Akt des Durchhaltevermögens, sondern auch eine Gelegenheit, stärker und weiser hervorzugehen. Die Bedeutung von Resilienz Resilienz, die Fähigkeit, sich nach Rückschlägen zu erholen, ist entscheidend, wenn Aufgeben keine Option ist. Resiliente Menschen verstehen, dass Misserfolge und Enttäuschungen Teil des Lebens sind. Aber sie lassen sich nicht davon brechen. Stattdessen sehen sie in jeder Niederlage eine Gelegenheit zur persönlichen Transformation. Zwischenziele setzen und feiern Große Ziele können überwältigend wirken, besonders wenn der Weg dorthin steinig ist. Eine effektive Strategie, um Aufgeben zu verhindern, besteht darin, Zwischenziele zu setzen. Diese kleinen Etappenziele ermöglichen es, den Fortschritt zu überwachen und Erfolge zu feiern, auch wenn das Hauptziel noch in weiter Ferne liegt. Die Freude über erreichte Zwischenziele kann als Ansporn dienen, weiterzumachen. Unterstützung suchen und anbieten Auf dem Weg zu persönlichen Zielen ist es wichtig, Unterstützung zu suchen und anzubieten. Der Austausch von Erfahrungen, das Teilen von Lasten und das Erhalten von Ratschlägen können den Weg erleichtern. Manchmal ist es auch notwendig, um Hilfe zu bitten. Die Fähigkeit, Unterstützung anzunehmen, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Selbstreflexion und Anpassung Die Bereitschaft zur Selbstreflexion ermöglicht es Dir, Deinen Weg zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Wenn ein Ansatz nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, bedeutet das nicht, dass Du das Ziel aufgeben musst. Vielmehr ist es eine Gelegenheit, neue Strategien zu entwickeln und weiter voranzuschreiten. Stelle Dich dem Leben In den Tiefen der Herausforderungen und Schwierigkeiten liegt die Gelegenheit, die eigene Entschlossenheit zu beweisen. Aufgeben ist keine Option, wenn Du Deine Träume und Ziele wirklich erreichen willst. Die Reise mag schwierig sein, aber der Weg zu persönlichem Wachstum und Erfolg erfordert Ausdauer, Entschlossenheit und den festen Glauben daran, dass Du stark genug bist, die Hindernisse zu überwinden. Jede Herausforderung, die Du meisterst, stärkt nicht nur Deinen Charakter, sondern ebnet auch den Weg für eine erfüllte und zufriedenstellende Zukunft. Benutze keine Ausreden, warum, weshalb, wieso es nicht geht. Alles gut und schön, oder das kann ich nicht, oder komm erst mal in meine Lage, sind alles Ausreden, um sich der Herausforderung nicht zu stellen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe eine Firma an die Wand gefahren, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht das Wissen und die Lebenseinstellung von heute hatte. Ich hatte hohe Schulden und wusste nicht, wie ich diese nach Schließung der Firma bezahlen sollte. Schulden und keine Einnahmen. Wie soll das gehen? Und da bin ich auf einmal über mich hinausgewachsen. Da ich zunächst keine Anstellung fand, habe ich mich arbeitslos gemeldet und da waren sie, die ersten Einnahmen. Ich konnte die Miete und das Essen bezahlen, das Wichtigste überhaupt. Mit der Miete war ich jedoch schon drei Monate im Rückstand. Also hieß es, mit allen Menschen zu reden, denen ich Geld schuldete. Ich habe Ratenzahlungen vereinbaren können. Dann habe ich eine Internetseite aufgebaut und mehrere Jobs gemacht und die Schulden wurden von Jahr zu Jahr kleiner. Ich fasste immer mehr Mut, sodass ich irgendwann den Job fand, der mich ausfühlte. Die Schulden habe ich alle abbezahlt, weil ich mir vertraut habe, dass ich es schaffe. Natürlich hat es bei mir Jahre gedauert, aber das muss es bei Dir nicht, weil ich daraus meine Erfahrungen gesammelt habe, die ich weitergeben möchte. Ich habe mir vorgenommen, Menschen zu unterstützen, sodass sie wieder auf eigenen Füßen stehen können. Jetzt bin ich in einer Business-Community, in der wir uns gegenseitig mit unserem Wissen unterstützen und antreiben. Wir arbeiten gemeinsam an der Verwirklichung der Träume jedes Einzelnen. Du bist gerne willkommen. Solltest Du zunächst einmal bei uns reinschnuppern wollen, dafür gibt es die Facebook-Gruppe. Wenn Du eine Einzelsession brauchst, kenne ich eine wundervolle Mentorin. Sie hat ein breit gefächertes Angebot von Workshops, die Dir Deinen Schlüssel zum Tor des Paradies sein können. Du bist ebenfalls in der Gruppe willkommen, wenn Du bereits Dein Traumleben lebst und Dein Wissen weitergeben willst. Du bist interessiert? Schreibe mir per E-Mail oder WhatsApp. Ich freue mich auf Deine Nachricht. Dein Traumser Untertitelung des ZDF, 2020